Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Wir Deutschen werden ja einfach gerne betupst. Die Kosten, die wir nicht sehen, die gibt es nicht. Das haben Sie jetzt gesagt. Hätte ich das gesagt, wäre ich ausgebuht worden. Gucken Sie, wenn Sie ein Auto kaufen, da ist es jedem klar, wenn Sie einen Neuwagen kaufen, dann ist der, wenn Sie den einmal zugelassen haben, einmal den Zündschlüssel rumgedreht haben, ist der auf Anhieb 15 bis 20 Prozent weniger wert. Was sind denn die 15 bis 20 Prozent? Dagegen ist ja ein Makler eine arme Sau, der kriegt nur 5 oder 6. Der Händler kriegt 15 bis 20 Prozent. Jetzt müssen wir uns eigentlich mal umdrehen und sagen, die Makler, die müssen wir eigentlich beschützen. Die kriegen nur 5,8 oder 6. Aber der Autohändler, der kriegt 15 oder 20. Mein Name ist Frank Teil und ich habe heute zum ersten Mal live ein Seminar bei dem Herrn Schütt mitgemacht. Ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Macht Sie weiter so. Ein zufriedener Teilnehmer. Vielen Dank. Baufinanzierung. Schütt. Genau. Der Mann mit den vielen Zahlen hat uns einen Lutscher versprochen. Was wird das los? Ich muss dir sagen, è das los! Ich habsen! Shiit! Hallo! Ich kann mich jetzt AssemblyInnen sabia es die amendmentleben.